Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Währenddem Sie hier gemütlich Fernsehen schauen, Nüsse und Mandarinen essen, sind draussen Zahmechleus im Einsatz. Und einige davon, das wissen wir bestimmt, sind unterwegs in Wunschpalast von Goop zum Weihnachtsgeschenk zu posten. Ein Spieltisch aus sechs verschiedenen Sportarten. Das ist ein langer Wunsch. Ja, Goal! Ihrs Paar könntet kennen. Was? Die Batterien sind auch schon drin? Ich möchte den Lego-Königsschluss. Haben wir das alles nur geträumt? Nein, nein. Bestimmt nicht. Das alles und noch viel mehr gibt es bei Goop in Wirklichkeit. Nur Preise sind ein Traum. Und es macht es möglich, dass man sich diese Wünsche auch erfüllen kann. Übrigens auch für die Grossen hat der Zahmechleus ein paar ganz heisse Geschenktipps parat. Ein Mikrowellengerät von Satrap zum Beispiel für 100 Franken günstiger, wenn das kein Geschenk ist. Oder eine Sony-Hifi-Stereoanlage mit Fernsteuerung von Radio-TV-Steiner für weniger als 900 Franken. Echte Musik für das Portemonnaie. Und wer schon alles hat oder bis jetzt gemeint hat, eine Reise nach China kostet ein Vermögen, findet bestimmt Gefallen am Geschenkvorschlag von Goop Extra Reisen. Acht Tage Peking mit Non-Stop-Flug und Übernachten in einem zentral gelegenen Komforthotel gibt es dort für weniger als 1000 Franken. Für ausführliche Informationen oder Buchungen kann man jetzt gerade anrufen, und zwar auf Telefonnummer 031 329 44 44. Die Leitungen sind wie immer bis heute Abend am 9 besetzt. Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch für Geschenke sind sie bei uns an der richtigen Adresse. Jetzt aber zu einem ganz anderen Thema. Eines, das das ganze Jahr durch aktuell ist. Jo schläft viel besser in diesen neuen Pampers. Jetzt wach schon auf, wenn er ausgeschlafen hat und nicht, wenn ihn seine nasse Windel aufweckt. Deshalb ist er morgens ein kleiner Sonnenschein, dank der neuen Pampers Baby 3+. Sie hält seine Haut viel trockener. Auch in meiner Kinderkrippe wachen die Babys zufriedener auf, weil sie mit trockener Haut einfach besser schlafen. Vorher ist Jo manchmal nachts mit völlig feuchter Haut aufgewacht. Die neue Pampers Baby 3 Plus hat den neuen Ultra Plus-Kern. Sogar mit 20% mehr Flüssigkeit hält Pampers die Haut ihres Babys noch trockener als jede andere Windel. Jetzt schläft schon nachts durch und er wacht fröhlich auf, weil er immer noch schön trocken ist. Die neue Pampers Baby 3 Plus. Für die trockensten, zufriedensten Babys. Spielsachen. Zusammenhänge, Haushaltgerät, Unterhaltungselektronik, Reisen und Windeln haben wir Ihnen heute schon vorgestellt. Also ich bin der Meinung, es ist jetzt langsam Zeit für etwas Essbares. Deren Meinung kann ich mich anschliessen. Für das Warten werden Sie jetzt aber auch belohnt mit einem besonders feinen Seidfleisch. Ein Liter Wasser zusammen mit einem Markbein und einer besteckten Zwiebeln im Dampfkochtopf zum Kochen bringen. Seidfleisch dazugeben und salzen. Dann den Dampfkochtopf verschliessen und das Fleisch unter Druck 30 Minuten kochen lassen. Während das passiert, verschiedene Gemüse rüsten und in Stücke schneiden, wie ich es da schon vorbereitet habe. Wenn es soweit ist, den Dampfkochtopf ab dem Härtner, den Dampf entweichen, das Gemüse zum Fleisch geben und nur mal während 5 Minuten unter Dampf fertig kochen. Zu diesem Seidfleisch gehört natürlich auch eine Soße. Bouillon mit Weisswein aufkochen, feine Äpfelwürfchen und gehackte Zwiebeln tragen und ohne Deckel ca. 10 Minuten kochen lassen. Mit einer Mischung aus Crème fraîche und Senf verrührt mit Maizeh aufkochen und nach ein paar Minuten mit Pfeffer und Salz abschmücken und warm stellen. Die Bouillon als Vorspeisse über geröstete Brotwürfchen und mit Peterli bestreut anrichten. Anschliessend das Fleisch tranchieren und mit dem Gemüse unter Soße servieren. Ich bin sicher, dass Sie das köstliche Gericht bald schon ausprobieren werden. Das Rezept finden Sie wie immer in der Coop-Zeitung. Viel Vergnügen! Man glaubt es fast nicht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aber auch dieses Rezept kommt aus der Reihe «Preiswerte Küche». Weitere Hinweise zum preiswerten Posten sehen Sie jetzt. Unter anderem sind ausgesuchte Praliné jetzt günstiger. Die Arni Praliné Selection z.B. kostet nur 8,40 €. Und die assortierte Weihnachtsmischung von Arni gibt es für nur 9,90 €. Zwei Kilo Clementine aus Spanien bekommen Sie über für 3,20 €. Und ein Kilo spanische Nüsse für nur 3,50 €. Ausserdem offerieren wir Ihnen das Mikrowellengerät von Satrap, das wir Ihnen vorher vorgestellt haben, ganze 100 Franken günstiger. Hier noch der Preisabschlag. 100 Gramm löslicher Kaffee von Jubilor Classico im Nachfüllbeutel kostet nur noch 4,70 €. Weniger als 10 Franken kostet jeweils der Menü-Hit im Coop-Restaurant. Ein Freiburger Schnitzel mit Toffin, Herrdöpfel und Bohnen gibt es diese Woche für 9,90 €. Soviel für heute aus dem Coop-Studio. In einer Woche zeigen wir Ihnen den ersten Teil des Weihnachtsmenü, das das Team des Kochstudios für Sie zusammengestellt hat. Wenn Sie also noch eine Idee brauchen für ein festliches Essen, das Sie ohne grösseren Stress kochen und auftischen können, dann sollten Sie in einer Woche unbedingt dabei sein. Bis dann eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.